Heyo und herzlich willkommen zum fünften Spieltag der YSML Niederlagensammlung Ja, kurzer Funfact am Rande, Dirty Boy und ich sind bei der SML tatsächlich dabei und wir werden auch beide Kämpfe aufnehmen, also der offiziellen SML Wir werden beide Kämpfe aufnehmen, abwechselnd der erste Kampf wird bei mir, kommt der zweite bei ihm, der dritte bei mir, der vierte bei ihm und so weiter und so fort, also ich bekomme die ungeraden, er die geraden Zahlen beziehungsweise Spieltage Ähm, ja, unser Team stellen wir die Tage noch vor, denke ich, haben wir noch gar nicht drüber geredet Oh, muss ich gleich mal schreiben Ähm, ja, das ist auf jeden Fall the way to do Ich bin sehr gespannt, wir wissen auch noch nicht so ganz, wann die Kämpfe mal kommen Ich denke montags, also auf meinem Kanal zusammen mit der PFDL Ähm, oder Dienstag, keine Ahnung, müssen wir nochmal absprechen Werden wir denn auch noch tun So, ähm, ja, wir kämpfen heute gegen die lieben Aesop und Torms Torms ebenfalls in der SML dabei, aber mit einem anderen Teampartner Ähm, in deren Team befindet sich Kangama, Rizeros und Granbull im A Alolas Nubilikat, Rage Eyes, Voltenso im B Pelipat, Zwirglo und Phonifras im C Megane, Riolu und Garstella im D Ähm, ja, Smash Up, keine Ahnung Ich, ja, ich hab, ich bin ehrlich Ich hab nicht so viel Mühe gegen mich Ich hab zwar mir ein paar Sachen ausgedacht Ähm, ein paar coole Sachen, die funktionieren können Aber ich find mein Kader absolut beschissen Ich krieg damit nichts ordentliches auf die Reihe, wo ich so sagen kann Hey, mit dem Kader hab ich zufrieden Dementsprechend, ähm, mein Team besteht heute aus Live-Op-Golurg mit Heavy Slams, Donuts, Earthquake und Dynamic Punch mit Nougat Axis C, unser Wigglytab mit Choice Specs, Competitive mit Dessing Leap, Fire Blast, Hyper Voice und Ice Beam Dann wie Ketamin, unser Hitmontop mit Expert Belt und Techniker mit Rapid Swing, Close Command, Bullet Punch und Earthquake Ähm, dann haben wir Cannabis, unser Credily mit Citrus Berry mit Storm Drain, Toxic, Gigadrain Recover und Earth Power, komplett physisch defensiv Ähm, dann haben wir Acid, unser Survivor mit Choice Scuff, Shedskin, Gigadrain, Sludgewrap, Dark Pulse und Switcheroo Und wir haben ein Sub Punch, Sub Punch, Power Punch Liquidation Float Sim mit Leftovers und Water Whale Ähm, können lustig sein, keine Ahnung, was funktionieren wird, aber ich fand's ganz lustig gegen sein Team, es kann auch funktionieren Ähm, muss man mal schauen So, ähm, ich schreib den beiden, ich bin ready Äh, sind ready, heißen Tox Boys, alles klar Das passt ja perfekt Äh, Tox Boys, die sind auch online Äh, in der Anything Goes AG Gegen YSML Ich find's schön, dass man hier nichts sieht Gegen wen, äh, wie die Teams aussehen Ähm, gegen Acerb und Torms Und ich würd sagen, ich challenge Und Kai habe ich schon offen Dementsprechend mal schauen, wie es ausgeht Ich denk auch mal ein Schlückchen Ähm, ja, vielleicht kommt der Kampf heute ein bisschen verspätet Ich weiß es noch nicht Mal, wir kämpfen um 16 Uhr, um 18 Uhr sollte das Video online sein Keine Ahnung, ob es das passt, ob es funktioniert Dementsprechend, auf gut Glück Ähm, ja, so, ich warte jetzt nur noch darauf, dass sie annehmen Und, yes, 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 sir Ähm, ich hab grad eben noch ein bisschen GPL geschaut Weil heute ist Sonntag, wie man sich daran eigentlich schnell so denken kann Ähm, ja, ich hab grad gar nicht so viel zu sagen Ich, ich, ähm, Lee kann aber schon mal sagen Ich liebe das SML-Team von DirtyMeer Es ist absolut insane Okay, es geht los Er hat dabei Schon mal nicht Gas, oder was ganz cool ist Ähm, Kangama, Rizeros Und Granbol Alolas und BD-Cut Rageyes und Phonipas Nicht dabei sind Voltenso, was sehr cool ist Ähm, Zwirrklub ist nicht dabei, was ebenfalls sehr, sehr geil ist Pelipas ist nicht dabei, ist fein Wir schreiben U2, weil ich es liebe Ähm, Megania, Riolu und Garstel ist nicht dabei Ist vollkommen in Ordnung Das Matchup ist fein Metap ist wirklich fein Ähm, ja Ich bin ganz froh, mich nicht allzu heftig auf Zwirrklub vorbereitet zu haben Ja, auf der einen Art sehe ich es nicht so krass gegen mich Auf der anderen Das klingt ja scary gewesen Ähm Ja, ich bin am überlegen mit Accessi zu leiden Weil es, to be honest, am unwichtigsten ist Ähm Ja, komm, machen wir Wir lehnen mit Accessi Unser Knuddeluft Diesmal offensiv Ich will mal, weil das tatsächlich ein Validate Z ist Im NU Gen 7 oder so Oder PU Gen 7 Keine Ahnung, wo das Ding war Ähm, war es ein Validate Z? Red ist offensiv zu spielen mit Live Orb Und ich spiele jetzt einfach mal mit Specs Ähm Mal schauen, was machen wird Ich fand die Idee ganz lustig gegen so ein Team Er hat zwar Redjoys, was war alles Tank gefühlt Aber, äh, das ist nicht so schlimm So Er leidet mit Persian Damit habe ich gerechnet Ähm Ich bin mir am überlegen, direkt auf den Dazzling Gleam zu gehen Oder auf nach... Ich kann aber nachkalken So Wir stehen Persian Alola gegenüber Ähm Mit Willi Wiggly Tuff Der Dazzling Gleam killt den halt, wenn er offensiv ist Er kann uns nicht killen Wir gehen auf Dazzling Gleam Er wird wahrscheinlich Parting Shot drücken Aber es ist in Ordnung Dann machen wir halt Schaden, als wären wir kein Specs Vielleicht schlägt auch unseren Specs ab Das wäre Nicht cool, aber in Ordnung I guess Ich könnte auch auf Hyper Voice gehen und den Two hitten Ja, aber ich habe Angst Viel zu viel Angst vor Rizzo Ross Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf Um ehrlich zu sein Ähm Hab wohl Ich könnte... Highboy ist genauso kacke Ja, wir bleiben bei Dazzling Gleam Er geht raus Oh, Competitive Ja, stimmt Oh Das habe ich ja fast wieder vergessen Wir sind auf Plus 3 Okay Jetzt kriegt alles guten Schaden Jetzt hat er keinen guten Switching mehr Wir sind auf fucking Plus 3 Oder? 2,5 Das müsste Plus 3 sein Bam, 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 bam Oh, dieser Damage Oh mein Gott Wir bleiben drin Wir bleiben drin Alter Wären wir auf Hyper Voice gegangen Oh mein Gott Ja, ist egal Vielleicht wird durch Live Bob Heatmores tot Geile Sache Das ist cool Das ist cool Ja, okay Kangama kommt jetzt rein Ähm Keine Ahnung, was er machen möchte Ich werde einfach ein Credly jetzt rausgehen Das ist schon cool Das ist super cool Hyper Voice wäre natürlich jetzt noch krasser gewesen, ne Aber ist schon in Ordnung so Ich habe das gar nicht gedacht, dass das so weit in die Höhe geht Ich habe gedacht, er geht alle höchstens plus 2 Aber plus 3 ist halt echt insane Ähm Ja, aber wir gehen Credly Wir werden irgendwann nochmal in Persian rein switchen Ist der Plan, den ich aktuell habe Ähm Ja Wir werden nochmal irgendwann in Persian rein switchen Und dann vielleicht nochmal versuchen wir uns einen Partingshot abzuholen oder so Mal schauen, wie es sich ergibt Bin ich final Bin ich absolut final So Ja 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 Sehe Credly kommt Er bleibt drin Geht auf Double Edge Ist vollkommen in Ordnung Denken wir als wäre es nichts Ähm Und Ich kann voll free auf den Toxic gehen Das ist cool Da sollte auch nichts sein, was den abfängt, glaube ich Er wird wahrscheinlich einen Regis gehen und darauf einen Toxic zu haben Ist halt in Zehn So ein Rest Talk Set Ja gut, könnte er machen Aber ich habe halt immer noch Hitmontop Der da easy reinkommt denn Er geht in Persian Das ist vollkommen in Ordnung Ähm Können wir einen Wigglytuff gehen Wäre eine Sache, die ich machen könnte, ja Ich kann aber auch nochmal auf Toxic gehen Und den Switch predikten Oder den Partingshot jetzt predikten Also selbst wenn ich jetzt einen Wigglytuff gehe Ähm Dann kann er danach wieder ohne Probleme in Kangama gehen Und darauf habe ich jetzt nicht so Lust Um ehrlich zu sein Ja Ja gut Der Dazzling Gleam war vielleicht nicht die Der beste Move, den ich hätte drücken können Aber Ist vollkommen fein Ist trotzdem vollkommen fein Ich hätte auch Ne, ich hätte ihn nicht auch speeden können Schade Aber okay Ähm Ja Ich habe beim Teambuilding auch gar nicht so heftig an Dazzling Gleam gedacht Ich habe mehr an den Bedroher nämlich gedacht Ähm Aber das ist natürlich auch nicht schlecht Vor allem ich habe maybe genug Speed, um Granbo zu outspeeden Wenn er nicht so viel Speed Investment hat Ist auch ganz cool Weil ich bin mit Granbo im Speed-Tie Ähm Könnte auch ganz lustig sein Und sonst aus spielt er mich halt nur mit Persian und mit Kangama Was auch cool ist Gut Die beiden überlegen, das ist fein Ähm Ja Dass das Heatmoor weg ist Ist absolut geil Das ist absolut lecker auch Heatmoor weg zu haben Ist absolut Premium Er scheint keine Leftovers zu spielen Ah ne Leftovers kommen ja vor Toxic glaube ich Wenn doch ja Leftovers kommen vor Toxic Ähm Da Full Edge Pever Kann ich das nämlich noch nicht sagen Aber ich kann nachschauen Was das für ein Kingish Khan war So wir haben Cradily gegen Ähm King King Ah die haben wir schon wieder geschrieben Hä King Hier wird er mich angezeigt Ach Kang Ja Falsch geguckt Kangaskhan Pio All Out Attacker Der hat mir 21% gemacht Der ist wahrscheinlich Silk Scarf Oder so ein Kram Könnte auch Scarf glaube ich sein Also mit Silk Scarf Element Ah ok Öffne die auch gesagt Das ist doof Das ist doof Aber in Ordnung Ähm Können auf den Giga Drain gehen maybe Ja komm Geh auf den Giga Drain Heilen uns gegen irgendwas wieder ein bisschen hoch Das ist fein Das ist vollkommen fein Äh wie viel Speed haben wir eigentlich mit 343 Den kriegen wir nicht mal auf Speed Und dann wird wahrscheinlich auch Full Speed spielen wegen Floatzel Aber das ist in Ordnung Das ist vollkommen in Ordnung So Ich werde by the way versuchen Floatzel gegen Rhydon irgendwie rein zu bekommen Und dann auf den Zap zu gehen Er wird wahrscheinlich eh instant den Rocks drücken Können wir vorstellen Na die überlegen Das ist das mit ähm Knuddeluff hat die Ohren nicht zurückgeworfen Das ist plus 3 Knuddeluff War auch geil Hyper Voice wäre so ein krasser Play gewesen dann Aber ich hatte zu viel Angst davor dass die einen Rhydon gehen Und der hätte das wahrscheinlich auch noch getankt Oder wir können ja mal nachschauen Ähm Ob das vielleicht doch ein Misplay war Ich habe halt nicht mehr plus 3 gerechnet Plus 3 Gegen Ähm Beatmore Erstmal schauen was das für ein Set war Ähm Destiny den Man auch wir haben viel zu viel Schaden eigentlich Egal So Ähm Die Nocken und die Citrus Berry ab Das ist ziemlich fies Aber in Ordnung Können wir jetzt einen Parting Shot vorstellen Weil sie sonst an Toxic drauf gehen Ähm Ja ich recover einmal Den Das kann ich jetzt nicht so krass verantworten sonst Ja 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 Ich weiß dass Rage Ice T-Bolt kann Das ist nicht cool Kann er jetzt gegen Cradily jetzt nicht unbedingt drücken Aber Ähm Gegen Floatil auf jeden Fall Er geht in Granbull Das ist vollkommen in Ordnung Den recover ich mir sehr gerne Und Ich könnte überlegen in Swiper zu gehen Könnt es aber auch sein lassen Ähm 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 Ich muss mal was nachschauen Wir stehen jetzt dem Geep Doggo Dem Granbull Ähm Granbull Pio Offensive Sagen wir einfach mal Er hat auf jeden Fall Intimidate Ähm 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 Die Q killt die Q killt mich ja Play Rough Und Giga Drain drücken Und Und Choice Backs Aber den hat ja schon Wiggler für Ähm Ja Sehe ich Sehe ich Sehe ich So Ich gehe jetzt straight ins Swiper So Cradily wird halt jetzt ohne Probleme noch ein Play Rough oder ein EQ oder whatever tanken Ähm Ich habe ein bisschen Angst von defensiven Set mit Ähm Heel Bell Gar keine Frage Aber ja Heel Bell könnte jetzt echt nervig sein So Swiper kommt Er drückt Ice Punch Okay er hat mit Goalurk gerechnet Ähm Der macht echt viel Schaden Der macht richtig viel Schaden Ähm Schauen wir mal nach Er hat Ice Punch Ich war ja kurz Also ich war kurz am überlegen Also habe ich nur im Kopf überlegt Ähm Er ist nicht gechoiced Unbedingt Aber er Wir sind so oder so schneller Er kann natürlich Scarf sein Wenn er jetzt Scarf ist Und ich Switcheru drücke Ist halt over Ich kann es allerdings auch später nochmal versuchen herauszufinden Ich kann auch jetzt Giga Drain drücken und Rhydon prädiken Das ist aber auch nicht unbedingt der Play Ähm Ja ich riskiere es Oh nein Er bleibt drin Und er war echt Scarf Und ich lebe noch Oh mein Gott Jetzt gehe ich auf Slutrack Das ist mir jetzt egal Jetzt gehe ich auf Slutrack Dass ich den jetzt überlegt habe Das ist ein Zeichen Lul Ähm Das ist ein Zeichen der Götter Da soll ich drünbleiben Und Slutrack drücken Okay Scarf Doggo Absolut erneu Und gefährlich Okay Das heißt ja schon mal safe schneller als Wigglytuff Aber Wigglytuff kann ich maybe noch gegen Rhydon oder so ein Kram reinholen Und dann kann ich wesentlich safer auf Deadly Gleam gehen Aber mal schauen Vielleicht Ah vielleicht könnte er jetzt denken dass ich ein Switcheroo gelockt bin Das könnte lustig sein Aber ich gehe auf jeden Fall auf Slutrack Ich riskiere hier jetzt nichts Ähm Swiper könnte ich auf jeden Fall noch gebrauchen Hundertprozentig Ähm Ja Ah ne Ice Punch ist natürlich auch gut gegen Cradily Nevermind Was ich ja jetzt erst Wie viel hätte der Ice Punch dann gegen Cradily Oh lecker Ah ist jetzt egal Ich habe ja einen neuen Scarf bekommen Ich hatte neue Auswahlmöglichkeiten Gut Gut Ich behalte den Ich könnte den für Rhydon oder Äh Kann Gama nochmal gebrauchen Kann Gama kann glaube ich Ah er kann Saka Das ist doof Ah Rhydon kommt jetzt rein Das war klar Ähm Das ist doof Das ist doof Aber okay Äh Ich weiß nicht ob das wirklich noch so wichtig ist Ich könnte auch einfach hier Slutrack rücken Weil der hat Saka Der tankt was Und Der ist auch schneller Hm Äh I don't know Okay sie haben echt gedacht Ähm Ich habe keine Ahnung Warum das nicht so funktioniert Okay er legt die Rocks Die kriegen sogar nochmal Slutrack raus Vielleicht kriegen wir die Poison Also ich will es zur Viper jetzt hier abwerfen Brauche ich nicht lange drüber nachdenken So Töte mich Dankeschön So Wir gehen jetzt zum Floatzel Hm Jetzt beginnt der Spaß Und gehen hinter den Zap Wenn er drüben bleibt Das ist auch in Ordnung Dann ist das halt so Ich glaube den Braucher noch Er braucht man nicht mehr anscheinend Okay Na gut Gut Dann äh Drücken wir jetzt regulation Und nehmen den raus Oder lebt den sogar Okay Damit habe ich nun nicht gerechnet Dass der den lebt Aber ist in Ordnung Ähm Dann machen wir jetzt was anderes Und wir gehen jetzt in Ketamin Ich lebe halt Hundertprozentig in IQ Also ich kann doch mal nachschauen Ähm Voila Hitmontop Gegen Rhydon Ähm In IQ leben wir 100% Plus Combat nimmt die jetzt halt raus Ich könnte später auch nochmal auf Rapid Spin glaube ich gehen Die haben halt immer noch einen Sucker Der ist nicht cool Ich mache Bullet Punch auf den Ah ne die Roll geht nicht ein Ich kann auch auf IQ einfach gehen Einfach ganz sicher den IQ drücken Verliere ich damit verliere ich wirklich nichts So Okay Alter ist der Bult Warte mal Ist das normal dass er das tank Klauzel Oh ja tankt er wirklich einfach so Krasses Ding Krasses Ding alter Ähm 55% Und der ist die Füße steht in sieb Ja der ist komplett Füße steht Ja der ist komplett Füße steht gerade So dann hat er kein anderes Investment Ähm Nochmal gegen Floatzel Der EQ Ähm Na gut Er hatte noch 69% Also er hätte auch so oder so Er ist gekillt Jetzt schauen wir aber nochmal gegen Hypnotop Das sieht jetzt eigentlich schon mal ganz cool aus Können Rapid Spin und danach EQ drücken Oder wie schnell sind wir mit Rapid Spin Wenn wir auf Plus 1 sind Sind wir knapp langsamer als Persian Das ist nervig Ähm EQ kill trotzdem safe auf der Range jetzt Ähm Wir können auch nicht sweepen Red Jazz wird's wahrscheinlich safe und Hit tanken Also den Dings Ähm Äh EQ Also der, der, der stirbt dadurch So haben wir gesagt Hm Ne Wir drücken Rapid Spin Q kommt ja Den nehmen wir Wie erwartet Jetzt drücken wir EQ Sucker sollte uns wahrscheinlich nicht killen Ja Obwohl Ich will nochmal nachschauen Kangaskhan Äh Pio All Out Attacker Fake out kill nicht Ja Und das weiß er auch Okay Ähm 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 Wir gehen credelie Ja Da kommt der fake out So Wir drücken darauf hin jetzt aber toxic Ne Ich bin mir sehr unschlüssig okay Ähm Ja Passt Passt Persian kommt rein genau deswegen Der stirbt leider noch nicht durch toxic Aber nächste Runde stirbt er Das heißt ich gehe auf Recover Scheißegal Gucken wir mal mit ihr kann auch Partingshot im Prinzipiell Das ist egal Das ist egal jetzt So Ähm Passt aber Puss Puss Ich kann auch auf Exes jetzt gehen aber Ne ne Ähm Der bringt leider gar nichts mehr Der müsste schon im 1v1 jetzt genau gegenüber stehen Äh ne den behalte ich lieber als Hack Ich drück Recover Ja 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 So machen wir das Credelie Superspannendes Match Ich hab irgendwie 3000 Discord Nachrichten Okay Ähm DarkFork hat glaub ich grad seinen Kampf gemacht Ja 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 Sehr intens gerade Also ich kann das gewinnt prinzipiell Aber Das kann Gama Ist halt immer noch schneller als alles Der könnte jetzt sterben Ja Und dann mal schauen Hm Dann heißt es mal schauen Er könnte Bandit sein oder? Ne muss er nicht Muss er nicht unbedingt Hm Ich kann das Rajai jetzt auch nicht einschätzen Ja Also Rajai stirbt halt Durch Ein CC Wenn er nicht Fist Death ist Aber das glaube ich nicht Weil Rhydon schon komplett Fist Death war Okay er drückt Gangshot Ja das ist mir auch egal Recover kommt Wir kriegen trotzdem nur unsere 18% Und er lebt Ach ja schon wegen der Hälfte was man da meint Ähm Ich glaube an der Stelle Sack ich den Wigglytuff Oder? Ja Ich Sack Wigglytuff Ist egal Ich hab noch äh Andere Sex Ideen Obwohl Ich will den nicht sacken Ich würde eigentlich lieber nochmal auf Recover gehen Und dann die 25% einfach nehmen Ich glaube das mach ich auch Ich fress lieber nochmal die 25% Ist egal Ähm Ich will Wigglytuff halt immer noch als Sack aufbewahren Gegen Kangama Nehm ich gleich Oder Oder halt gegen Rajai Gegen Rajai könnte das auch so gut sein Den als Sack aufzubewahren Ich hab mal ganz blöd geguckt Kann der Goalur killen? Äh Oder hat Scrappy Das hab ich nicht vergessen Äh ne kann er aber nicht Der kann mich nicht killen Pfff Puh Der wird Silksgraf sein Er wird nicht beendet sein Äh So Okay Sein Team Also Sein Teampartner ist gerade weg Ähm Muss kurz warten Ich kann derzeit ja mal Situationen durchgehen Ah Also Persian stirbt jetzt wahrscheinlich Persian stirbt Ähm Persian stirbt Wenn Persian stirbt Dann kommen wahrscheinlich Rage Ice rein Weil der am meisten Damage gegen Cradily macht Mit Ice Beam Dann werde ich in dem Moment in Wigglytuff Sacken Dann in Hitmontop gehen Close Combat drücken Ja Und dann am Ende halt gegen Goalur Oder mit Goalur gegen Kangaskhan Ähm Den Rest machen Ich werde das versuchen noch irgendwie zu Toxic Also es wird wahrscheinlich ein 2-0-1-0 Irgendwie sowas Wenn ich das jetzt nicht irgendwie choken sollte Oder irgendwas übersehe Dann sollte das so sein Ja Finde ich cool So Wusste ich hab auch wieder gar nicht im Kopf gehabt Das äh Kann das Kann Gama Äh Scrapyard Das hätte Böse enden können Okay Er drückt Parting Shot nochmal Ist vollkommen in Ordnung Er drückt Geht in Rage Ice This is fine This is fine So Ähm Wir second jetzt wie geplant Wigglytuff An dem Plan ändert sich jetzt nichts Er geht auf Sub Das ist okay Ähm Hol ich ihm aus dem Sub raus Ist glaub ich wichtiger ne Rock Polish Oh das könnte gefährlich werden So Geh raus da Ähm Okay Der gefällt mir nicht Das heißt er hat wahrscheinlich ja noch nur Ice Beam als Attack Kann das sein Keine Ahnung Ach Gott Ähm Ich kann ja eh nichts anderes folgen Ich kann ja noch feiern lassen So So Wir sind draußen mit Wigglytuff gegen äh Rage Ice Das ist ein Piroc Polish Set Mit Substitute Ja Ice Beam killt mich halt Was ist mit Golurk Könnte überleben Je nachdem was für ein item erspielt Ähm Hitmontop macht den mit Bullet Punch 55% Das ist gar nicht so bad Ähm Ja und das war's Ich glaub Cannabis wird ja auch nichts mehr überleben Ähm Ne 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 Also ist ne Roll Am Ende des Tages aber Das wird er nicht überleben Okay Rock Polish Substitute ist Mies Das ist gefährlich Äh Er geht wieder hinter den Zahn Er hofft auf den Mist Aber Unser Wigglytuff Der Mist nicht Okay Ah Shit 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 Das hat ne Roll jetzt Das hat jetzt die reinste Roll Die muss ich eingehen Hitmontop kommt Und Bullet Punch Killt er Killt er Killt er nicht Das ist hier die Frage die wir uns alle stellen Killt Oh mein Gott Wichtig Holy shit ist das wichtig gewesen Ah Goddamn Goddamn God Damn Hitmontop Er war wahrscheinlich wirklich das Wir hatten 60% Chance den zu killen Ich kann nochmal nachstellen Der war auf 51% Ähm Mit Bullet Punch 50% Das war ne reine 50-50 Holy shit So Crally kommt rein Er geht auf Eis Den leben wir Und den nächsten leben wir auch Dank Dings Wollen wir den getoxikt haben Ist jetzt die Frage Wollen wir den toxiken Oder lieber angreifen Was lohnt sich Ich glaube auf der Range Lohnt sich dann auf Dings Nicht mehr Ganz blöd geschaut Er macht uns 30% Warte So kann ich ja jetzt genau herausfinden Was für ein Set das ist Moment Moment Ähm Cradley Gegen Kanga Kangaskhan Ähm Der hat einen Ice Punch Der Bandit Ist jetzt die große Glaube ich nicht Nicht bei dem Schaden den er gemacht hat Ne Der ist ganz normal Silk Scarf Ist aber gut zu wissen Ähm Jetzt wollen wir nochmal nachschauen Den Goalurk Oh ja Das ist gut Ähm Goalurk Oder Ja Goalurk lebt einen Hit Sagen wir es so herum Und ich werde jetzt einmal Safe of Earth Power gehen Für den Chip Damage Das ist noch gar nicht so viel Könnte auch AD sein Bei dem Chip Aber okay Wir gehen in Goalurk Drücken jetzt an der Stelle Dynamic Punch Lassen uns hier nicht lumpen Und dann sollte das jetzt eigentlich gewonnen sein Wenn ich nichts übersehen habe Da kann Kein Knock glaube ich I don't know Hilfe So Bei Madan für das Game So Ice Punch Killed nicht Double Edge Killed nicht Sucker Punch Killed auch nicht Ja das ist gut Hm Ähm Was ich mir Was ich mir jetzt vorstellen könnte Für einen Play Er könnte jetzt Fake out into Double Edge versuchen Indem er jetzt nochmal raus geht in Also indem er jetzt die Katze sackt Und dann das macht Aber Dann sag ich einfach Ketamin So Dann gewinne ich halt nur 1 0 Aber Ich hab nur win Das ist die Hauptsache Ja er macht das sogar Okay Okay Ach stimmt Das ist ein Live-Off Aber Sollte nicht mehr dann So Wir sacken jetzt Hitmon top Ja Da kommt der Fake-Out Den habe ich nämlich fast vergessen Das könnten unentschieden werden Das könnten unentschieden werden Habe jemand einen Punkt Ähm Das könnten Also ich hoffe er geht einfach Sucker was Sucker überliebe ich besser Als Double Edge gerade Ähm Oder er hat einfach kein Z Wenn er kein Zilkscuff hat Gewinn ich das Safe Ähm Wenn er den Nicht hat Ein Verloren Ähm Also wenn er den hat Dann ist es ein Unentschieden Wenn nicht Dann gewinne ich Obwohl Double Edge ist halt immer noch eine Role Ob ich mich danach selber töte Ähm Ist nicht dein Ernst Ich bin grad Tilted aber richtig Der hat Gemattert Ist nicht dein Ernst Ich bin grad Ich bin grad Boah Ich bin grad Ähm 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 Das ist soo Unlucky Das ist Ich könnte kotzen Ich könnte gerade so kotzen Ich könnte gerade so heftig kotzen Das ist so annoying Nee Ich will da auch gerade Also die haben an sich gut gespielt Aber der letzte Turn hätte nicht sein müssen Der letzte Turn hätte nicht sein müssen Wie a rap Der letzte Turn hätte Ah keine Ahnung Ich sag trotzdem GG weil sie den Rest des Kampfes hat gut gespielt haben Also allgemein sie haben nicht schlecht gespielt Und für Hacks können sie nichts Ich gebe auch den beiden nicht die Schuld Können sie gar nichts für Ist halt Mons im Endeffekt noch Aber das ist in der letzten Runde zu sowas kommt Das ist absolut annoying Und tiltet mich gerade so hart Weil es ist doch scheißegal ob ich jetzt am Ende Gigajen oder Earth Power gedrückt hätte Es wäre scheißegal gewesen Oh mein Gott ist das ja neu So ich will noch was nachschauen Mit Monster Bullet Punch Ja nee Wird auch nicht gekillt Ähm Ja keine Ahnung Also Ich sage auch mal wenn euch das Video gefallen hat Lasst mir gerne positive Werten Schreibt mir in die Kommentare wie ihr das Video fandet Und ich würde sagen Leute Haut rein Ciao Bis zum nächsten Video Ciao 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 Ciao